Die Deutsche Bahn hat heute ihre Bilanz für 2021 vorgelegt. Im vergangenen Jahr machte der Konzern ein Minus von 900 Mio. Euro. V.a. wegen der Corona-Pandemie. Aber es geht laut Konzernchef Lutz aufwärts. Der Umsatz ist gestiegen und könnte 2022 auf einen Rekordwert klettern. Anfang Februar erst hat die Deutsche Bahn stolz ihr neuestes Fahrzeug der ICE-Flotte vorgestellt, sich als zukunftsorientiert präsentiert. Heute dominiert die weniger rosige Gegenwart. Die Bilanz der Bahn ist schlecht. Die Corona-Pandemie hatte zur Folge, dass deutlich weniger Menschen mit dem Zug gefahren sind. Im Fernverkehr waren es 2019 noch 150,7 Mio. 2020 mit Corona nur noch 81,3 Mio. und 2021 dann 81,9 Mio. Fahrgäste. Dennoch musste die Bahn ihr gesamtes Angebot als Daseinsvorsorge aufrechterhalten, machte hohe Verluste, wenn auch weniger als 2020. Mit minus 1,6 Mio. Euro fällt der operative Verlust weit geringer aus als im Vorjahr. Das Jahresergebnis inklusive außerordentlicher Effekte, Zinsen und Steuern hat sich noch deutlicher verbessert. Es ist fast 5 Mio. Euro besser als 2020, bleibt mit minus 900 Mio. Euro jedoch noch negativ. Auch im Güterschienenverkehr schreibt der Konzern rote Zahlen. Einzig die Logistiktochter Schenker bleibt profitabel mit 1,2 Mio. Euro Gewinn. Doch auch das ist nicht unproblematisch, denn eigentlich fordert die Politik, dass die Bahn Schenker verkaufen und sich auf ihr Kerngeschäft, den Schienenverkehr, konzentrieren solle. Für 2022 hofft die Bahn wieder auf schwarze Zahlen, trotz hoher Energiepreise und des Krieges gegen die Ukraine. Zugeschaltet ist mir mein Kollege Andreas König. Andreas, es sind harte Zeiten, auch für die Bahn. Während der Corona-Pandemie sind wenige Leute, wir haben es gerade gesehen, in die Züge gestiegen. Da gab es 2020 einen Rekordverlust von fast 5 Mio. Euro. Wie fällt die neue Bilanz jetzt aus für 2021? Also wir haben es ja gerade gehört, die Zahlen sind weiter rot. Also schlechte Nachrichten für uns Steuerzahler. Schließlich ist die Bahn ja ein Staatsunternehmen. Aber die Situation ist schon 2021 besser als noch 2020. Wir haben es gehört, da standen noch 5,7 Mio. Verluste zu Buche. Jetzt sind es 900 Mio. Da ist die Bahn optimistisch. Sie will für dieses Jahr ja auch schwarze Zahlen schreiben und wieder 100 Mio. Passagiere befördern. Da war die Zahl, wir haben es ja gesehen, im Beitrag bei rund 82 Mio. Aber die Bahn sagt, 2020 war es noch deutlich schlechter, wenn man nur die Corona-Monate vergleicht. Da sei 2021 die Passagierzahlen schon wieder um 30% gestiegen. Der Güterverkehr, da ist die Nachfrage schon wieder auf dem Niveau von 2019. Aber wir haben es auch im Beitrag gehört, die Lage bleibt weiter unsicher. Niemand weiß, wie schwer wegen die Folgen des Krieges in der Ukraine werden und auch nicht, wie die Pandemie sich weiterentwickeln wird. Welche Strategie verfolgt denn da jetzt die Bahn? Wie will man rauskommen aus den roten Zahlen? Starke Schiene nennt das Bahnchef Richard Lotz. Und er sagt auch gleichzeitig, es wird ein Spagat werden, nämlich zwischen mehr Fahren und gleichzeitig Bauen. Fahren heißt, wieder mehr Passagiere zu befördern und mehr Güter, weil das bringt ja das Geld in die Kasse der Bahn oder soll das Geld in die Kasse der Bahn bringen. Auf der anderen Seite ist es dringend notwendig, das Netz zu erweitern, die Infrastruktur zu modernisieren, damit das auch erreicht werden kann und auch die Digitalisierung voranzutreiben. Das wird ein schwieriger Prozess, räumt der Bahnchef ein. Kritiker von Bahnverbänden, die ja immer einen Tag vorher, also gestern, ihren alternativen Geschäftsbericht veröffentlichten, bezweifeln allerdings, dass die Bahn diese Ziele auf dem Weg, auf dem sie jetzt ist, erreichen wird. Sie zweifeln auch, dass die angestrebte Verdoppelung der Passagierzahlen auf 300 Millionen gegenüber den 150 Millionen von 2019 bis 2030 zu schaffen ist. Und sie kritisieren auch immer wieder Großprojekte wie Stuttgart 21, das ja mittlerweile 10 Milliarden Euro kosten soll, also eine Vervierfachung der ursprünglich anberaumten Kosten dort. Die Bahn soll sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich nicht so groß international engagieren, sagen die Kritiker. Ja, nicht nur der Bahnhof in Stuttgart, der wird teuer, auch der Ausbau wird ja ordentlich Geld fressen. Hinzu kommt ja, dass die Preise für Energie gerade exorbitant steigen. Wie sehr wird das dann am Ende auch uns Bahnkunden treffen? Da hat der Bahnchef gesagt, dass man sich hier ganz gut abgesichert habe mit langfristigen Verträgen, was die Energielieferungen angeht. Da sei man für dieses Jahr halbwegs abgesichert. Auch, sagte er, produziere oder nutze die Bahn ja schon zu zwei Dritteln Strom aus erneuerbaren Energien. Hier sei man also nicht so vom Geschehen auf dem Weltmarkt für Öl und Gas abhängig. Für dieses Jahr, sagt er, wird die Bahn ganz gut zurechtkommen. Hier seien aktuell keine Erhöhungen geplant. Man habe ja schließlich im Dezember um zwei Prozent die Preise erst erhöht. Seit einigen Tagen, muss man sagen, gibt es Streit innerhalb der Bahn AG um die Nachfolge des Bahnvorstands Pofalla. Was ist da genau los? Also dazu war heute nicht so viel zu hören vom Bahnchef. Er hat Ronald Pofalla gedankt, der ja im März jetzt angekündigt hat, seinen Posten als Infrastrukturvorstand aufzugeben, aus persönlichen Gründen. Das wurde auch nicht weiter kommentiert. Auch die Nachfolge stehe noch nicht fest. Da müssen Aufsichtsrat und Vorstand entscheiden. Es kursiert der Name von Bertolt Huber. Der ist im Moment für den Personenverkehr zuständig bei der Bahn. Der ist auch ein Favorit der Bahn-Gewerkschaft. Die hat mitgeteilt, dass sie sich lieber so eine interne Lösung wünschen würde, als eine politische. Andreas König, danke für die Einschätzung und danke nach Berlin. Gott. Gott. Amen. Amen.